Königsmord, seid ihr da auch gerade oder was? Marc, ich kann dich leider nicht wieder belieben, ich seh dich nicht. Ach man ey, ist echt zu anstrengend. Alles spitzte sich auf diesen Moment zu. Beende, was wir begonnen haben. Ok, gruseliges Hälfelein, check. Schurkenkommander, check. Und dann haben wir noch den Hüter, meine größte Erfolgsstory. Ich würde sagen, wir werden dann soweit. Du verkleidest dich als einer der Aszendenten, Schar. Oryx wird genauso sein Verderben finden wie Krotha vor ihm. Sie hat Recht, Hüter. Ich habe keine Zweifel daran, dass es wirklicherweise funktionieren könnte. Mach dich zum Ressauf. Das ist ja jetzt so, ich mach mal kurz. Ja, dann sehen wir uns bald wieder. Okay, der Ress sollte hier sein. Öffne ihn. Sobald du durch bist, schicke deine Koordinaten. Wir werden dein Signal festhalten und verstärkernlos schicken. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ah, röste Exo-Funikel. Ja, hier ins GewO Atlantic. hosting Der Riss nimmt die Seele, die du trägst, wahr. Du bist ein Aszendent. Zeit, sich um einen gewissen König zu kümmern. Richtig, Tüter. Viel Glück. Okay, wir sind auf uns gestellt. Eine Scans sind ergebnislos. Wir sind definitiv irgendwo, aber kein Zeichen von Oryx. Ja, ich bin in Ocker der letzten Mission. Also, jetzt haben wir seine Aufmerksamkeit. Wo ist ein Penner? Ja. Schiss der 1 von Kaka. Ja. Verteidigungswerk ist ja von Kras 192. Das ist so cool. Seh nix. Was zieh man denn kaum mal an und verlippeln mit dir? Ja, das ist so viel höher. Alter. Bin vor einer. Ja, wenn du die Waffen auslustest, dann bleibt dann natürlich auch klar. So, vielleicht kriegen wir ja unser Zurußgrad wirklich erst, wenn wir Level 40 sind. Kann auch sein. Weil man vorher eh nichts damit anfangen kann. Wenn wir noch einer kurz hier reinspringen, kurz helfen wir den Gegner? Oder ist es nicht so schwer? Ja. Du bist die letzte Hoffnung des Lichts. Ich habe dank Zervéten unterdacht. Du bist meiner nicht würdig. Der ist immun. Komm schon mal. Der ist gerade hier so ein Kabale-Gegner hier. Ich kriege aber kein Damage. So, da kommt noch einer raus. Versteinander. Wir befangen... Wir befinden uns sehr kurz vor. Wir befinden uns nur ... Alter, wieviel kommt denn da raus, ein UGA hab ich jetzt und was kommt noch? Ah, ein paar Beischütze, was mir scheiße, wieso hau ich ihn denn, ey? Oh, wie tot, scheiße. Wir sind ja gegen die Moon. Oh mein Gott, das ist ein Schein, ey, ey, ey. Oh mein Gott. 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 Jetzt muss der nachladen, der Idiot. Oh, komm schon. Was? Der schlägt mich einmal, ich bin tot? Oh Mann ey. Ich hab die auch genommen. Du bist die letzte Rund des Nichts. Ich habe das Erfelsen unterdacht. Du ist meiner nicht würdig. Ich hab die Rund des Nichts. Ich hab die Rund des Nichts. Ich hab die Rund des Nichts nicht mehr gesehen. Ich hab die Rund des Nichts nicht mehr gesehen. Ich hab die Rund des Nichts nicht mehr gesehen. Ich hab' die Sadiskod drin gesehen. Ich hab die Rund des Nichts nicht mehr gesehen. Ach, ich hab die Rund des Nichts nie gesehen. Das heißt, wie, der Schwedens in Islam. Der darf mich nicht hauen, ey. Der darf mich nicht hauen für die Rund des Christians. Der darf mich nicht hauen für eine Krise hier. Wo he appelt ihr nicht! Woher kommt der denn her, alter? Das ist klar. Nicht hin. Was kommt jetzt noch? Oh, tja, dann sind wir jetzt vollwürdig. Ah, ah. Maaan. Mh, er liet, was ist denn da jetzt? Ah, alles. Komm zu mir, Träger des Lichts, ich werde zu Ende bringen, was Trota begonnen hat. Was ist jetzt für die Tür zu? Super. So viel wird super jetzt auf einmal noch. Ja. Das ist Oritz. Diese Statuen, alles hier, ist entstanden bevor die Erde überhaupt Form annahm. Ich frage mich, wie viele Welten Oryx besessen hat. Hm. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Endlich, Haare wird mein sein. Das war's für heute. Ich bin ein Wettbewerb. Oh, das ist ein Wettbewerb. Ich bin ein Wettbewerb, aber ich bin ein Wettbewerb. Ich bin ein Wettbewerb. Ich bin ein Wettbewerb. Ich bin ein Wettbewerb. Hilft nix. Was? Kann ich hier nicht einsetzen? Doch, würde ich sagen. Der Wettbewerb. Was ist denn ein Wettbewerb? Wo ist ein Wettbewerb? oh da ist ist es Das war's. Oh, shit, ey. Ich werde dir deine Welt nehmen, bitte. Ja, ich werde meine Welt nehmen, nein, ich kann mir mal. Ich werde deine Welt nehmen. Ich werde meine Welt nehmen. Oh ja! Oh ja! Hey! Bleib mir im Tür Und er ist im Mund Was ist das? Die sind die ganze Zeit jetzt immun, was soll das denn? Oh, jetzt kommt er! Oh, jetzt bin ich tot. Oh, fuck, man! Kann ich den Scheiß normal spielen hier, oder was? Nein, jetzt kommt ein Bock drauf. Oh, jetzt bin ich dran. Oh, jetzt bin ich dran. Ich bin dran. Kann eben einer kurz hier reinkommen, mal ihm mithelfen? Mann, 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 ey. Ich dauere eh wieder drei Jahre, bis ich fertig bin, ja. Ja. Wer entführt hier irgendwo hin, ist ja fast keine Mini mehr. So assig. Wieso wirst du die ganze Zeit irgendwo hin, ey, das gibt's doch nicht. Ja, die Balladeflüte laufen hier rum und ich kann ihn nicht treffen. So ein Mist. Ah, jetzt kommt er, okay. Boah. Der kommt immer so doof angeflogen und zerfug mir dann immer eine. Wenn er mich komplett erwischt, bin ich weg. Das geht echt nicht. Der Sack erwischt mich aber trotzdem. Wo ich in der scheiß Ecke stehe. Ich weiß ja nicht, wo er steht. Ich weiß ja nicht, wo er steht. Ich weiß ja nicht, wo er steht. Und ich weiß ja nicht, wo er steht. Das war's für heute. Ja, das ist nicht so gut. Ich bin so gut. Ja, das ist nicht so gut. Alter lass das verdammt, wir sind eigentlich schaffend jetzt, wir sind eh schon so noch gemerkt Trotaphil! Ich werde bestehen! Was ist denn da rein? Was ist denn da rein? Das kommt wieder rein, scheiße! Ich habe wieder recht! Lass sie mal! Ja, ganz alleine Atroz, ich bin nett Mit nerf. Und ich will. Wie sind es denn da rein? Wie, das war schon? Ich habe beleidigt. Meine Königin, ihr hattet recht. Der Hüter war der Schlüssel. Zum ersten Mal hat das Flüstern aufgehört. Es ist getan. Hab ich noch? Was meinst du? Mach mal ein. Ja, ich mach jetzt schon so. Ich akzeptiere mein Schicksal. Ich werde nicht versagen. Ja, super geschafft. Jetzt waren wir gestorben. Geht ja. Ah, scheiße. Mann, da waren zwei. Ich hab da nicht am schlechten Prozent. Was? Null Prozent? Ich muss auch kein Treffer machen. Das ist ja auch ein Kopp. So. Das war's jetzt mal geil. Ich hab schon fünf oder vier Prozent. Ich hab da nicht am Koppel.